Und jetzt haben wir eine besondere Mischung für Sie. Wie es sich anhört, wenn man Tango und Kletzmer mischt, das hören Sie auf jeden Fall bei uns. Denn zu Gast in den City Sounds war diese Woche das Duo Trennev und Weiß und die haben unser Album Kletz, Tango and Beyond mitgebracht. Hallo, wir sind heute bei WN TV und dürfen ein bisschen was live spielen, das Duo Trennev und Weiß. Der Ivan Trennev neben mir am Akkordeon und Moritz Weiß neben mir an der Klarinette. Der Ivan Trennev Ja, welche Musikrichtung machen wir? Ja, es ist ganz lustig. Moritz spielt sehr viel Kletzmer. Ich spiele auch Kletzmer, aber nicht so sehr. Und was ich aber sehr gerne spiele, ist Tango. Und dann haben wir uns getroffen und er hat darauf besteht, dass wir Kletzmer spielen. Ich auf der anderen Seite wollte natürlich Tango spielen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spielen beides. Aber wir wollten uns natürlich nicht begrenzen und deshalb spielen wir auch darüber hinaus. Wir haben uns eigentlich über die Kletzmer Musik kennengelernt. Ich habe den Ivan in Graz schon kennengelernt. Auf der Bühne habe ich ihn gesehen mit der Grazer Kletzmer Band. Der Ivan war ein halbes Jahr später bei mir bei einem Konzert, wo ich mit meinem Trio gespielt habe. Und das ist eigentlich die Kletzmer Musik, die uns zusammengebracht hat. Der Ivan war ein halbes Jahr später bei mir bei einem Konzert, wo ich mit meinem Trio gespielt habe. Im Februar dieses Jahres haben wir diese wunderschöne CD aufgenommen. Was kann man da erwarten? Das sind eigentlich drei Stücke von uns. Zwei von Moritz, ein Stück von mir. Da ist ein bisschen traditionelles Kletzmer drinnen. Da ist ein bisschen Beyond Kletzmer drinnen. Da ist Tango Nuevo, da ist klassischer Tango drinnen. Und ja, Kletz, Tango and Beyond. Und ja, Kletz, Tango und Beyond. Und ja, Kletz, Tango und Beyond. Und ja, Kletz, Tango und Beyond. Überwiegend fokussieren wir uns auf Konzertabende mit unserem Programm. Und da waren schon ganz nette Sachen dabei, wie zum Beispiel das internationale Akkordeon-Festival in Wien. Wir sind im Sommer dann auch in Kanada bei einem Festival, Kletz, Kanada und werden auch in Toronto, Montreal ein paar Sachen spielen. Ja, und ganz besonders freuen wir uns schon auf Wiener Neustadt. Da spielen wir nämlich am 13. diesen Monat in der Skyline beim Viertelfestival. Da kommt dann ein israelischer Starkoch, der wird da in seine Kochshow machen und wir werden zwischendurch immer wieder ein paar Kletzmerstücke spielen. Da sind wir nicht nur zu zweit, da haben wir dann auch einen Kontrabassisten dabei, den Maximilian Kreuzer. Kletz, Musik Musik